Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Diesmal wieder eine kurze Eilmeldung, also wirklich ganz kurz. Es geht wieder um dieses Gerät hier, die Oculus Quest und die scheint momentan international überall ausverkauft zu sein. Gelesen habe ich es als erstes bei Road2VR und Mixed hat jetzt nachgezogen. Schauen wir uns kurz die zwei Webseiten an und reden mal ganz kurz drüber. So, hier sind wir bei Road2VR und hier habe ich es als erstes gelesen. Quest suddenly out of stock, also auf einmal nicht mehr verfügbar und ja, das schürt natürlich Gerüchte um Quest 2 vielleicht mit der Facebook Connect zusammen, die am 16. September startet. Vielleicht werden wir da mehr erfahren. Also momentan sieht es so aus, auch auf Oculus.com, man bekommt die scheinbar nirgendwo mehr und hier haben wir eine schöne Tabelle von Australien bis United States. Also nirgendwo mehr ist die Quest zu haben, also nicht mehr lieferbar. Außer die 128 GB Version bei Amazon bekommt man momentan noch, die zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz, da gehen wir ganz kurz nochmal rein. Ja, ich habe heute auch eine Nachricht vom Doc bekommen. Er meinte auch, in der Schweiz ist die nicht mehr zu bekommen und ja, warum, wieso, weshalb ist natürlich auch jetzt wieder die Frage und hier habe ich wieder den Ben am Start. Ja, die Rift S ist nach wie vor verfügbar und auch bestellbar, außer wie ich schon mal erwähnt habe, in Deutschland natürlich nicht, weil die hier einen kompletten Verkaufsstopp gemacht haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben die das hier so mega angekündigt und in den anderen Ländern überall nicht und haben die in den anderen Ländern einfach aus dem Regal verschwinden lassen. Also da können wir echt auch wieder nur spekulieren. Meiner Meinung nach muss es was mit der Quest 2 zu tun haben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich meine klar hier, dass die hier mit der Behörde Probleme haben, ist ganz klar. Wie es in den anderen Ländern aussieht, weiß ich natürlich nicht. Aber das, was mit der Quest 2 zu tun hat, liegt für mich irgendwie auf der Hand. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie auf einmal sagen, so, wir verkaufen jetzt weltweit nichts mehr. Also ich denke mal, die wollen die Lager jetzt komplett leer räumen, die wollen auch keine mehr produzieren und wollen jetzt nur noch auf die neue Brille. Und wie es mit der Rift S aussieht, weiß man natürlich nicht. In Deutschland gibt es natürlich die Probleme mit der Kontozusammenführung von Facebook und Oculus. Da gibt es richtigerweise auch ein paar, ein bisschen Gegenwehr, sage ich mal, von unseren Behörden. Ja, die Tabelle wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Werde ich auch unten verlinken, den Link zu Road2VR. Und jetzt gehen wir mal kurz nach mix.de. Und ja, Quest international ausverkauft. Und ja, hier steht noch, wirft umso mehr Fragen auf. Ja, also hier steht auch irgendwo, habe ich eben mal gelesen, genau, Marketing-Trick wäre Nonsens. Also wenn die das als Marketing-Trick nutzen würden, also, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil Facebook hat eh schon keinen guten Eindruck bei den Leuten hinterlassen, sage ich mal einfach. Und es gibt nicht viele Leute, die sagen, boah, geil, Facebook, super. Also ich kenne nicht viele und wenn die das jetzt wirklich als Marketing-Gag, sage ich mal, nutzen, mal kurz sagen, nee, wir nehmen jetzt alles aus dem Handel raus und hier ist die Quest 2 und seid allzufrieden. Also ich glaube, das würde nicht so ganz gut ankommen, aber man weiß nicht, was sich so Firmen, PR-Leute ausdenken. Es ist alles möglich, aber momentan denke ich nicht, dass es ein PR-Gag ist. Genau, hier steht auch nochmal das mit den Behörden, die deutschen Behörden stehen gut da, Facebook schlecht. Ja, auch wenn ich das, wie gesagt, meine Meinung nach, ich sehe es überhaupt nicht kritisch an, ich bin nicht so mega Datenschutz-Fanatiker, sage ich mal. Also ich finde, es muss alles geschützt sein, klar, aber ich bin eh bei Facebook, von daher, mir ist es persönlich egal. Aber nichtsdestotrotz finde ich das nicht gut, was die machen. So, hier sehen wir auch nochmal die tolle Liste, die ich euch eben gezeigt habe. Die haben sie auch von Road to VR, wie es hier auch steht. Und ja, hier steht es auch nochmal, die Quest 128 GB Version ist ab Lager lieferbar. Also es wurde ja gesagt, in Deutschland werden die Lager geleert und es gibt keine, ja, keine neuen Nachlieferungen mehr fürs Lager. Und ja, zeige ich euch gleich mal die Amazon-Seite, weil hier war es verlinkt, aber das geht nur zum Test. Und ja, ob der Verkaufsstopp ernst ist, zeigt die Facebook Connect. Ja, wie gesagt, am 16. September startet die und da werde ich mit Sicherheit auch nochmal irgendwie ein Video, einen Livestream machen, wer weiß. Ich muss mal schauen, wie ich da Zeit habe. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen, was bei der Facebook Connect da rauskommt. Also ich bin mega gespannt jetzt, besonders weil es auf einmal heißt, es ist nirgendwo mehr lieferbar. Wer jetzt noch definitiv ganz schnell eine Quest 128 GB Version bestellen will, kann es tun. Also hier ist auch nochmal den Link, haben sie nochmal verlinkt. Ich wechsle jetzt mal die Seite hier. Keine 499 Euro mehr, wie es mal war, glaube ich, sondern 519 Euro, aber kostenlose Lieferung. Und ja, ich werde es definitiv unten mal verlinken in meiner Beschreibung. Also wer noch keine Quest hat und sagt, mich interessiert die Quest 2 nicht, ich will jetzt noch definitiv ein Quest 128 GB Teil haben. Dann bestellt euch die jetzt. Wie gesagt, die Quest ist ein tolles Gerät, keine Frage. Kann auch auf dem PC benutzt werden mit dem Oculus Link Kabel oder jetzt ja auch mit keinem offiziellen Kabel mehr, sondern einfach gute USB Kabel. Von daher, da solltet ihr jetzt noch zuschlagen. Oder ihr sagt einfach, ich warte jetzt definitiv bis zur Quest 2. Wie die wird, wissen wir natürlich alle nicht. Vielleicht wird es ein kleiner Rückschritt. Weiß man nicht. Ja, das zur kleinen News-Eilmeldung. Also das wollte ich euch noch kurz mit auf den Weg geben. Und ja, ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Like nicht vergessen. Abo-Button drücken wäre echt nice. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.